Man sagt, zu den Großen kommt der Bundesadler und zum Mittelstand kommt der Pleitegeier. Da muss ich wirklich sagen, da fehlt es an Mittelstandsunterstützung. Hallo und herzlich willkommen zu Klartext Mittelstand. Wir haben heute zu Gast Peter Hack von der Hack AG. Hallo Herr Hack, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Verlente, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben das Format Klartext Mittelstand ins Leben gerufen. Was war denn unsere Intention? Vielleicht können Sie mal aus Ihrer Sicht erst mal sprechen. Ja, ich fand es gerade in den aktuellen Zeiten doch durchaus eine gute Idee, mal auch die Unternehmer sprechen lassen zu dürfen, weil wir sind ja doch sehr stark in den aktuellen Zeiten von der Politik bestimmt. Das mag durchaus auch richtig sein, aber alle haben wir dann doch die Hoffnung, dass wir, man spricht vom neuen Normal, vielleicht ist es eher die neue Realität, dann auch wieder positiv eingeholt werden. Deswegen fand ich Ihren Anruf Klartext Mittelstand und die Idee dahinter sehr gut. Ja, nicht nur das. Da füge ich auch gerne noch dazu. Wir haben ja Landtagswahlen, also nicht mehr lange. Sonntag ist es soweit. Wir haben natürlich viele politische, also wir haben Politik ja, wir haben die Bundestagswahl noch vor uns. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Mittelständler auch gehört werden und auch einfach mal zu Wort kommen dürfen und sollen, um ihre Meinung zu den aktuellen politischen Geschehnissen sagen zu dürfen. Herr Hack, Landtagswahlen am Sonntag. Der SWR, der merkte gestern an, hat gesagt, in einem kürzlich veröffentlichten Internetfilm lobt sich die Landesregierung überschwänglich für das Erreichte. Daran heißt es sozial gerecht, wirtschaftlich stark, ökologisch verantwortlich. Unter diesem Motto sind wir angetreten und haben Rheinland-Pfalz fit für das nächste Jahrzehnt gemacht. Und, da muss man noch dazu sagen, in dem gleichen Beitrag von SWR, die Verschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen hat im Vergleich mit anderen Bundesländern in den vergangenen Jahren immer weiter zugenommen. Das heißt also, von den bundesweit 20 am meist verschuldeten Städten und Kreisen befinden sich mittlerweile elf in Rheinland-Pfalz. Jetzt sagen Sie mal, wie Ihre Bilanz als mittelständischer Unternehmer von der jetzigen Politik war. Na ja, jetzt muss man natürlich erst mal unterscheiden. Durchaus bin ich angetan von unserer Ministerpräsidentin. Das darf man durchaus sagen. Charmante Dame, die, ich habe sie selber kennenlernen dürfen, durchaus auch ihre Qualitäten hat. Das ist immer ein Stück weit die Frage auch der Erwartungshaltung einer Politik gegenüber. Jetzt bin ich über 40 Jahre in der CDU und dann können Sie sich vorstellen, dass ich durchaus gerade in Sachen Wirtschaftspolitik völlig anderer Meinung bin. Und so kurz vor der Landtagswahl wird es natürlich auch nochmal spannend, wie ist die Gemengenlage da draußen. Und die aktuellen Geschehnisse sind jetzt auch nicht unbedingt förderlich für eine Perspektive Rheinland-Pfalz, die mehr wirtschaftsgeprägt ist. Als ökologischer, sozialer, liberaler Demokrat, so würde ich das mal einfach sagen, ist mir die Partei fast egal. Es geht darum, dass wir Menschen finden, die erkennen, wann geht es um Eitelkeiten der Person und wann geht es tatsächlich ums Land. Und da hoffe ich mal, dass das am Sonntag nicht ganz so schlimm ausgeht. Was wäre denn für Sie so ein schlimmes Szenario, was passieren könnte? Wenn man sagt schlimm, dann sind wir alle der gleichen Meinung, dass wir ganz rechts nicht hingehören und dass wir ganz links jetzt auch nicht viel an wirklicher Kompetenz zu erwarten haben. Also solange das irgendwie auch in der Mitte bleibt, müssen wir vielleicht auch nicht von schlimm sprechen. Aber wenn wir was verändern wollen und in die Zukunft schauen, dann hatten die heutigen Kollegen ja eine ganze Menge Chancen, auch in den letzten Jahren, ihre Werbepropaganda vorher umzusetzen. Und das haben sie nicht gemacht. Und da darf man dann schon mal auch als Unternehmer kritisch sein und das einfordern. Ich bin selbst ja auch in verschiedenen Verbänden, ich bin bei der IHK und bei vielen Wirtschaftsverbänden auch persönlich aktiv. Gott sei Dank nicht in der Politik, da gehöre ich auch nicht hin. Aber deswegen sprechen wir heute. Ich bin der festen Auffassung, dass jeder Wähler sich genau überlegen sollte und es macht kaum Sinn, die Parteibücher zu lesen. Ich habe es getan. Die sind alle ziemlich identisch. Jeder schützt die Bäume. Jeder ist sozial und jeder ist super stark in Sachen Wirtschaftspolitik. Ich persönlich kann nur empfehlen, genau hinzuschauen. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht. Was ist denn jetzt tatsächlich so die Bilanz oder die Essenz, die Sie jetzt für Ihr Unternehmen gezogen haben? Was hätten Sie sich gewünscht, was verändert werden sollte? Und was sollte in Ihren Augen landespolitisch umgehend in die Hand genommen werden? Na gut, jetzt würde ich mal sagen, keiner der Akteure hat sich so eine Pandemie gewünscht. Und auch überregional darf ich sagen, weder Jens Spahn noch Herr Altmaier oder unsere geschätzte Bundeskanzlerin sind schuld an Covid-19. Das wird ja auch ab und zu mal vielleicht ein bisschen verzerrt dargestellt. Natürlich hat die Politik Verantwortung. So viel Verantwortung wie vielleicht auch selten zuvor oder nie zuvor. Und deswegen sind wir es auch nicht gewohnt, darauf zu achten und abends zu gucken, was uns der nächste Tag so bringt. Und das von der Politik und von Virologen bestimmt. Also das Wirtschaftliche, was uns natürlich interessiert mit der Weiterentwicklung, wird hinten angestellt. Und unsere Branche, ich bin ja auch bei der DEHOGA aktiv und mein Herz schlägt auch für die Gastronomie und für die Hotellerie. Das ist schon sehr traurig. Und auch kaum jemand zu erklären, warum die einen dürfen und die anderen nicht. Ja, was haben Sie denn als Unternehmer tatsächlich für Einschnitte gehabt in den letzten Wochen, Monaten? Mussten Sie Ihre Belegschaft informieren? Wie ist es angekommen? Konnten Sie alle Arbeitsplätze sichern? Was haben Sie als Unternehmer mit oder durchmachen müssen? Ja, wir sind noch mittendrin. Ganz zu Anfang beim ersten Lockdown war es so, dass, glaube ich, jeder gesagt hat, okay, das ist jetzt nicht so lange. Das geht auch schnell wieder weg. Man kann da ein paar Entscheidungsgrundlagen hinpacken und dann sind wir nach drei Monaten da durch. In der ersten Runde haben wir konkret so 30 Prozent des Umsatzes auch liegen lassen müssen. Jetzt in der doch härteren Phase sind es über 50 Prozent. Und das schlägt natürlich durch. Wir haben am Standort 250 Mitarbeiter und da stehen natürlich logischerweise 250 Familien dahinter. Und das drückt im Nacken schon. Wir konnten uns mit Kurzarbeit hier und auch der Zusteuerung von KfW-Mittel da bis heute gut durchboxen. Aber das heißt natürlich auch konzentriert sein und sparsam sein und die Zukunft mitzugestalten. Und das ist schon eine Herausforderung. Ja, also kann ich tatsächlich auch beschädigen, diese Herausforderungen, die Sie jetzt durchmachen. Die haben auch ganz viele kleine und auch kleine mittelständisch geprägte Unternehmen. Sei es drum, wir haben jetzt gerade das Thema ganz aktuell, die Corona-Hilfen 3 stoppen unter anderem aufgrund von Betrugsfällen. Der BVW hatte ja bereits schon mal vorgeschlagen, auch andere Wirtschaftsverbände und Institutionen, die Aussaalung über die Finanzämter zu machen. Was würden Sie denn sagen, sind da so die grundlegenden Fehler, die passiert sind? Oder wie hätte man es besser machen können? Beziehungsweise wir wissen ja, Corona dauert vielleicht noch ein bisschen länger an. Wie soll man es in der Zukunft machen? Auch hier wird natürlich auf die Wirtschaftspolitik ordentlich eingedroschen. Peter Altmaier versucht sein Bestes mit den Mannen, aber auch für ihn ist es das erste Mal in der Verantwortung, so etwas zu leisten. Da hat man durchaus dann auch Verständnis, wenn das eine oder andere nicht läuft. Wenn es aber um die eigene Haut geht, wenn es um das eigene Unternehmen geht, wenn es um eigene Mitarbeiter geht, dann fühlt sich das nochmal ganz anders an, als wenn man das nur von außen betrachtet. Wir sind hart betroffen von den Entscheidungen auch. Wir haben mit der Überbrückungshilfe 3 unsere Anträge früh platziert und wären auch, wenn man die Spielregeln sieht, entsprechend auch unterstützungswürdig. Das sehen wir auch so, weil wir haben ja nur auch 90 Jahre gekämpft, um uns dahin zu entwickeln, wo wir heute sind. Und ich habe die Tage auch intern schon gesagt, natürlich gibt es immer schwarze Schafe und es gibt immer welche, die sich eben nicht an Gesetz und Ordnung und Recht halten. Aber deswegen, ich vergleiche das mal jetzt, da fährt einer auf der Autobahn zu schnell, wird geknipst, da können wir ja nicht die Straße sperren. Also diese Reaktion, muss ich wirklich sagen, ist die falsche. Weil jetzt trifft es natürlich wieder die Ehrlichen und die, die es wirklich auch verdient haben. Und da muss schnell was passieren. Und ich habe die große Hoffnung, dass da in den nächsten Tagen auch nochmal eine Kehrtwende kommt. Ja, das hoffen wir auch und wir plädieren auch dafür. Sie haben gesagt, man kann eigentlich nicht auf die Politik oder es wird viel auf die Politik eingedroschen. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir uns da auch mal im weltweiten Vergleich sehen, bei vielen Dingen, sei es Digitalisierung, sei es aber auch jetzt gerade bei Corona die Impfungen, wo jetzt gerade einmal drei Prozent aller Deutschen die zweite Impfung erhalten haben, liegen wir deutlich hinten dran. Was würden Sie denn da einfach mal zu sagen? Also wie ist da Ihre Meinung und Ihr Empfinden dabei, wenn Sie das hören? Naja, auch das schmerzt natürlich, wenn man als reiner Pfälzer weiß, dass BioNTech aus Mainz weltweit einen großen Anteil daran hat, dass wir so schnell tatsächlich auch einen Impfstoff gefunden haben. Da kann man ja ein paar Minuten stolz drauf sein. Was danach gekommen ist, lässt sich kaum erklären. Dass es natürlich mit Pfizer einen Vertriebsvertrag gibt weltweit und was Israel im Vergleich zur EU oder zu England gemacht hat, das kann man ja eigentlich keinem erklären. Also ich habe mir selbst mal auch die Fakten dazu besorgt und was mich auch persönlich interessiert, was hat man da falsch gemacht? Die Zeit ist das Problem. Ich würde jetzt nicht sagen, Geld spielt keine Rolle, auch wenn die Bazooka, wie es so schön heißt, mal zur Wasserpistole umgebaut wurde. Ich persönlich habe große Hoffnung, dass der zeitliche Druck jetzt erkannt wird, weil die Zeit, die jetzt hinter uns liegt, die ist weg. Da kann man jetzt jammern, dass wir nie schnell genug mit den Fakten und mit dem Handeln um die Ecke gekommen sind. Aber jetzt gilt es. Also ich sage mal, in den nächsten sechs Wochen müssen alle gemeinsam spüren, dass da eine Ernsthaftigkeit drin ist. Jetzt ist natürlich der Staat aus meiner persönlichen Sicht immer der schlechtere Unternehmer. Aber es ist auch leicht gesagt in den aktuellen Tagen. Da haben Sie recht. Wenn Sie jetzt als Unternehmer natürlich hören, auch das Thema mit den Corona-Hilfen, Sie werden, eigentlich sind Sie auch unterstützungswürdig, vielleicht sogar noch über das Maß hinaus, was Sie bereits jetzt schon in Anspruch nehmen konnten und hören dann, dass eine Rettung von Galeria Kaufhof Karstadt mit 460 Millionen Euro angedacht war oder auch umgesetzt wurde. Was geht Ihnen da als Unternehmer durch den Kopf? Ich meine, das sind natürlich Kredite, aber Rückzahlung, Fragezeichen. Was denken Sie? Naja, auch da gibt es natürlich auch Aussagen dazu, die man aufgreift aus dem Unternehmertum. Man sagt ja so schön, zu den Großen kommt der Bundesadler und zum Mittelstand kommt der Pleitegeier. Naja, aber auch das ist vielleicht eher flach gesprochen, aber es ist ein bisschen Wahrheit dran. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Politik im Wettlauf der Eitelkeiten nicht nur das Ganze sieht, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen auf die eigene Perspektive dann schaut. Und da muss ich wirklich sagen, da fehlt es an Mittelstandsunterstützung. Und das ist auch durchaus ein Grund, warum wir ja zusammengefunden haben, weil ich einfach glaube, es braucht mehr Unterstützung aus dem Mittelstand. Ja, das glaube ich definitiv auch. Wir haben natürlich viele Stimmen bekommen von kleineren und mittelständischen Firmen, die sich natürlich darüber echauffiert haben, die Beiträge gepostet haben, die wir natürlich gelesen haben, wieder geschaut haben. Und man muss natürlich sagen, kann die Leute verstehen. Und ich selber, meine persönliche Meinung dahingehend ist natürlich auch, wieso wird ein Unternehmen gerettet, dessen Geschäftsmodell sowieso schon seit Jahren nicht mehr richtig funktioniert. Ein großes Fragezeichen. Was ist, ich mir quasi stelle, weil die Mitarbeiter, die freigesetzt werden würden, über eine kurzfristige Zeit, vielleicht ganz anders im Arbeitsmarkt, in der Digitalisierung, in Kindergärten, in Bildungsinstitutionen, viel besser untergebracht wären, als eine Rettung eines Konzerns mit einem Geschäftsmodell, was sowieso wahrscheinlich in Zukunft in der Form nicht mehr funktionieren wird. Deswegen ist das für mich natürlich, kann ich vollkommen nachvollziehen, dass sie sich auch den BVW anschließen und dass wir da auch gemeinsam an der Stelle eben kämpfen, dass da auch mehr Herzblut für den Mittelstand gezeigt wird. Ja, aber wenn ich das ergänzen darf, natürlich, Sie sprachen Kaufhof, Karstadt, Galeria an, Kunden für unsere Familie seit fast 80 Jahren. Also wir waren der Kaufhausbäcker in Deutschland 30 Jahre lang und das war unsere Herzkammer. Aber man muss natürlich auch erkennen, wie Sie sagen, wenn ein Geschäftsmodell vielleicht dann auch mal auslaufend ist, dann ist die Zunft der Hutmacher vielleicht sauer darüber, dass keiner mehr einen Hut trägt. Aber wer hat es früh genug erkannt und wann ist genau der richtige Zeitpunkt, die Dinge auch zu verändern? Und wenn die Innenstädte natürlich sich verändern und das tun sie gerade jetzt, dann ist die Frage, was ist das konkrete, richtige Konzept? Ist es dann ein Kaufhaus mit Hunderten von Mitarbeitern im Vergleich zu Unmanned Stores, die über die Digitalisierung laufen? Das werden wir in den nächsten Jahren erleben. Und da ist die Frage, wo geht das Geld hin? Was hält man künstlich am Atem? Und welchen Dinosaurier gibt man noch Vitamine und füttert ihn für teures Geld? Ich persönlich weiß es nicht, ich habe da auch jetzt keine Lösung für. Aber Sie sprachen Digitalisierung an. Ich habe da eine ganz eigene Meinung zu, wenn die Digitalisierung noch weiter fortgeschritten wäre in Deutschland, da würden wir uns ja alle freuen, Stichwort Breitbandausbau, dann wäre Amazon noch stärker. Also man muss ja immer sehen, von welcher Seite betrachte ich das? Werden wir da dort im Digitalisierungs-Business, im Online-Business stärker? Hätte Ikea, hätte Karstadt-Kaufhof noch mehr Probleme? Ja, das ist die gute Frage. Natürlich, wenn man sagt, Digitalisierung, es ist ein großes Thema in Deutschland. Seit Jahrzehnten muss man dazu sagen. Angela Merkel sagte 2013, das Internet ist für uns alle Neuland. Da war das Internet aber auch schon seit 15 Jahren da. Ja, also man muss dazu sagen, in den letzten 16 Jahren ist da viel zu wenig ja passiert. Sicherlich muss man auch sagen, die Großen hätten natürlich dann auch nochmal einen gewissen Wettlauf, eine gewisse Vorarbeitzeit, eine gewisse Vorlaufzeit gehabt, um vielleicht noch schneller zu werden. Ich glaube, der kleine Mittelstand, der hätte bereits schon vorher verstanden, was das bedeutet, zu digitalisieren. Und ich glaube, da liegt auch wirklich so einer der Themen drin. Jetzt sind wir gerade mit der Bildung total überfordert. Sie wissen es wahrscheinlich selbst, Ihr Sohn ist auch noch in der Schule. Haben es wahrscheinlich auch mitbekommen. Ja, auch, ich sage mal, für das ganze Thema Schule, Bildung, kam die Pandemie natürlich auch völlig überraschend. Und dass da vieles im Argen liegt, das wussten wir ja vorher schon. Jetzt ist es ein Generationenkonflikt. Also wenn Paul, mein Sohn mit 15, ist Digitalisierungs- und EDV-Experte. Also der macht mir was vor, der macht vielen was vor. Das ist ein Generationsthema. Und wenn Bildungskräfte eben im letzten Abschnitt ihrer Tätigkeit sind, sagen wir das mal charmant, dann kann man auch nicht erwarten, dass die die Digitalisierung mit der Muttermilch aufgenommen haben, wie das die junge Generation getan hat. Deswegen muss man da gerecht sein. Schade ist, dass die Themen, die ja eher oft dann wieder auf der politischen Ebene liegen, nicht rechtzeitig erkannt wurden. Weil es gibt ja nun genügend Fördergelder und Möglichkeiten der Finanzierung, wenn es um Glasfaser auf der einen oder den Hardware-Ausbau auf der anderen Seite gibt. Das wurde halt offensichtlich professionell unterschätzt. Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber auch das im Bereich Zukunft. Also ich kann es natürlich vollkommen nachvollziehen, wenn Sie sagen, es gibt immer ein klaffendes Alter irgendwo. Man ist mit einer Digitalisierung aufgewachsen. Man hat es vielleicht oder man hat es gelernt oder man kann damit nichts anfangen. Jetzt ist es natürlich so, dass beispielsweise die Sechs-Wochen-Sommerferien eigentlich dazu genutzt wurden, um Ferien zu machen, anstatt sich Digitalisierungskonzepte auch wirklich auszudenken und umzusetzen. Die Zeit war ja tatsächlich da. Deswegen muss man natürlich einerseits dazu sagen, schwierig, das auch für Menschen wie mich, Wette 30, nachzuvollziehen, dass es auch tatsächlich, dass es da immer noch Barrieren gibt, die auch immer noch nicht abgebaut sind und auch einerseits das Thema Wissen, weil ich glaube, wenn mehr im Schulbereich ausgebildet werden, in Digitalisierung, also digitale Medien, digitaler Unterricht, glaube ich, werden wir schon viel, viel weiter. Ich hoffe es zumindest. Ja, man, wie ich es auch schon eben ausgeführt habe, also mein persönlicher Blick und wir erleben das tagtäglich zu Hause, was das ein Kampf ist, ohne die soziale Kontrolle, die in einem Schulwesen natürlich auch möglich ist, ist der Ablauf ein völlig anderer. Der hat also mit dem normalen Schulalltag auch gar nichts zu tun, was natürlich dann die Gegenseite ist, wie hat es dann zukünftig mit den schulischen Leistungen und dem, was es ja wirklich bedeuten soll, zukünftig auf sich. Und das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Ja, nun ist ihr Sohn 15 Jahre alt, der Paul. Und ja, vielleicht zur Gründer- und Nachfolgerstatistik ist es so, dass es relativ schwach ist. Wir haben zwar steigende Gründungen, das kann man wirklich jetzt mittlerweile schon sehen, aber man muss dazu sagen, viele Gründungen sind immer noch im Nebenerwerb, also neben einer Vollzeitberufstätigkeit bei einem sicheren Arbeitgeber. Jetzt ist es natürlich so, wir haben Abgabenlasten, diverse Bürokratiemonster, ich meine, sie sind garantiert auch von dem Thema EEG, Stromsteuern, sehr betroffen als industrieller Betrieb. Was sagen Sie denn momentan so zur aktuellen Lage? Also die Gründungslage, würden Sie überhaupt jemandem empfehlen, noch zu gründen und Nachfolger zu werden von mittelständischen Betrieben? Naja, das kann man pauschal natürlich nicht beantworten. Also wenn man in einer Branche unterwegs ist, die zukunftsfähig ist, dann kann man natürlich nur jeden motivieren, sich da stark zu machen und sich da persönlich einzubringen. Jetzt wissen wir, dass das Bundesgebiet im Vergleich jetzt vielleicht zu internationalen, amerikanischen Verhältnissen jetzt nicht so gründerfreundlich ist. Das ist durchaus auch so. Aber natürlich treten wir dafür ein, dass neue Unternehmen gegründet werden. Wir selbst haben eine Initiative gerade gegründet, auch mit dem Best Founders Club, um auch selbst einen Beitrag dafür zu leisten, dass es neue Unternehmen gibt. Wir nennen die auch nicht unbedingt Start-ups, sondern nennen die bewusst dann eben Gründer, weil es ja nicht immer nur ein schnelles Rein- und Raus soll, sondern wir wollen ja auch den Next-Germ-Mittelstand auch wiederfinden. Und deswegen unterstützen wir das sehr. Hervorragend. Was ganz neu ist, für mich persönlich auch als Unternehmer neu ist, wir sind es als Familienunternehmen gewohnt, dass die Idee, dass die Umsetzung in harte Arbeit, die Kapitalbeschaffung und, wenn man Glück hat, der Profit, alles von uns selber gesteuert wird. Und das, glaube ich, wird in der Zukunft anders sein. Das wird entkoppelt. Nicht jeder, der die Idee hat, muss auch das Kapital haben. Oder der, der das Kapital hat, hat keine Ideen. Also ich glaube, da müssen wir uns auf neue Formen von Unternehmertum und Gründerqualitäten einstellen. Vollkommen richtig. Was sagen Sie dann generell jetzt momentan? Wo muss denn die Politik auch deutlich nachlegen, wenn Sie sagen würden, ja, wir haben eigentlich keine richtige Gründerkultur mehr in Deutschland, aber eigentlich müssten wir wieder auch ein bisschen mehr Schwung reinbekommen. Sie sagen zwar, ja, es wird sich wandeln und es wird sich verändern, aber wie sieht das aus mit den Rahmenbedingungen? Gibt es da Bullet Points, die Sie nennen können? Naja, ich bin jetzt nicht der Statistiker, aber die Statistiken können Sie natürlich bemühen und die können sich ja auch im Netz runterladen. Wie ist das Verhältnis von positiven Gründertum in Deutschland und in welchem Ranking stehen wir dann auch im europäischen oder im internationalen Vergleich? Das sieht nicht so dolle gut aus. Auf der anderen Seite sage ich persönlich, das Thema Eigenkonjunktur kann man ja auch schaffen. Also die Rahmenbedingungen, auch wenn man sie finanziell vielleicht nicht immer begrüßt, was die Steuerlast angeht oder auch andere Abgaben, aber es sind zumindest mal Rahmenbedingungen, die gesetzt sind. Und wenn man sich in diesen Rahmenbedingungen auch bewegt, dann besteht durchaus auch schon die Möglichkeit, neue Unternehmen zu gründen mit neuen zukunftsfähigen Ideen. Und deswegen habe ich persönlich die große Hoffnung, wenn wir mal in der neuen Realität angekommen sind, dass es viele junge Unternehmen gibt, oder Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die den Blick nach vorne nehmen. Nicht ohne Grund finanzieren wir auch einen Stiftungslehrstuhl bei der WAU in Fallen da, weil wir da fest dran glauben. Das ist hervorragend. Und da sollten wir auf jeden Fall das nächste Mal noch mal intensiver drüber sprechen, glaube ich, Herr Hack. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Schön, dass Sie heute mit dabei waren zu Klartext Mittelstand mit Peter Hack, Vorstandsvorsitzender der Hack AG. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten zu Klartext Mittelstand. Das war Ihre Sarah Valenta und Peter Hack. Danke schön, dass Sie da waren. pussy. Tschüss. Musik. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017